Die Finanzkrise steht vor der Tür, die Kurse putzeln in den Keller, du weißt nicht ob du kaufen oder verkaufen sollst. Ich zeige in den kommenden Minuten den richtigen Umgang in diesen Situationen und wie du dich am besten dafür rustest, ja sogar langfristig davon profitierst. Viel Spaß mit dem Video! Eines gleich mal weg, ich bin kein Crash Prophet, bin darüber hinaus ein grundsätzlich sehr positiver Mensch. Diesen Part übernehmen schon zig andere Crashgurus und prophezeien oftmals den in Kürze bevorstehenden Crash. Wir gehen in diesem Video das Ganze sehr rational an und fragen uns in erster Linie mal, warum wir denn überhaupt so ein Video machen. Nun ganz einfach, es ist definitiv nicht wegzuleugnen, dass alle paar Jahre mal eine Finanzkrise auftritt, die einen Crash zur Folge hat. Und genau weil das so selten vorkommt, fehlen viele die notwendigen Erfahrungswerte dazu bzw. der richtige Umgang damit. Und deswegen möchte ich euch damit vertraut machen, dass ihr mit der richtigen Einstellung und dem richtigen Wissen in diese Phase hinein steuert. Es wird sich jetzt einiges furchtbar leicht anhören, aber in der Realität sieht das meist ganz anders aus. Hier trennt sich dann oft die Spreu vom Weizen. Aber sehen wir uns zuerst einmal die Vergangenheit an. Da gab es schon die ein oder andere Krise, die zu ordentlichen Turbulenzen führte. Der erste überlieferte Börsenzusammenbruch fand im Jahr 1637 statt, ausgelöst durch die Tulpenmanie. Angefangen als Liebhaberobjekte entwickelten sich die Tulpen Anfang des 17. Jahrhunderts zu einem wahren Hype. Viele Leute investierten in den Handel mit den Tulpenzwiebeln, bis im Februar 1637 die Blase platzte. Es ging rasant bergab, die Preise fielen um bis zu 95% und viele blieben auf ihren wertlosen Tulpen sitzen. Schon eher bekannt ist der schwarze Donnerstag im Jahr 1929. Dieser löste eine Weltwirtschaftskrise aus, die ganze drei Jahre anhielt. Auslöser war eine beispiellose Rallye auf den Aktienmärkten. Viele Leute verschuldeten sich, um Aktien zu kaufen. Bis am 24. Oktober die Panik ausbrach. Alle wollten ihre Anteile um jeden Preis loswerden und somit rasselte die Börse in den Keller. Den meisten wird die Dotcom-Blase ein Begriff sein. Im Zuge der Technologisierung entstand Ende der 1990er Jahre ein wahrer Tech-Boom. Alles wurde aufgekauft im Glauben, dass die große Gewinne abwerfen würden. Doch die Realität sah im März 2000 ganz anders aus. Viele erkannten, dass doch nicht alles Gold ist, was glänzt und so realisierten viele ihre Gewinne, was zu einem Absturz führte und in der Folge wieder viele Kleinanleger traf, da diese nicht rasch genug aus dem Markt kamen. Vor etwas mehr als zehn Jahren gab es einen weiteren Crash mit der weltweiten Finanzkrise. Der Auslöser war hier der amerikanische Immobilienmarkt. Banken vergaben Kredite an Menschen, die nicht in der Lage waren, diesen zurückzuzahlen. Die Blase platzte und unter anderem meldete sich die damals renommierte amerikanische Großbank Lehman Brothers Insolvent an. Die US-Regierung griff mit massiven Finanzspritzen ein, um nicht den kompletten Zusammenbruch des amerikanischen Bankensystems zu riskieren. Die weltweite Finanzkrise konnte allerdings damit nicht mehr verhindert werden. Auch die europäische Schuldenkrise begann damit, was fast zu Staatsbankrotten in mehreren Euro-Staaten führte. Für die allermeisten ist die Corona-Krise die Krise schlechthin, die wohl jeder mitgemacht hat. Einige von euch eventuell auch als Börsianer. Ein Virus breitete sich über die Welt aus und schuf so eine große Unsicherheit in der weltweiten Bevölkerung. Die Börsen quittierten dies im März 2020 mit einer Talfahrt der Indizes. Man sieht also, Finanzkrisen bzw. Crashes an den Börsen kommen immer wieder mal vor und niemand weiß, wann die nächste Krise vor der Tür steht. Man kann sich nur bestmöglich darauf vorbereiten, sei es im Kopf als auch in seinem Portfolio. Nur eines ist fix, der nächste Crash kommt bestimmt. Und das vor allem, wenn du einen Anlegehorizont von 10 Jahren oder mehr hast. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass du mal durch diese schwere Situation durchschwimmen musst. Und damit du nicht kennst, sehen wir uns jetzt an, wie du am besten darauf vorbereitet bist. Zuerst einmal macht es Sinn, sich mit den vergangenen Krisen ein wenig auseinanderzusetzen. Aus diesen historischen Krisen kann man lernen, egal wie schlimm es ist, die Welt ist deswegen noch nie untergegangen. Langfristig haben sich die Märkte immer wieder von diesen Krisen erholt und es folgten starke Wachstumsphasen. Darüber hinaus halte dir deine Anlagestrategie und deine finanziellen Ziele vor Augen und preise ein, dass du damit rechnen musst, in den kommenden Jahren mit so einer Situation konfrontiert zu werden. Dabei ist es wichtig, seine Risikotoleranz zu kennen. Investiere nur Kapital, dass du auch bereit bist zu verlieren und vor allem diversifiziere dein Portfolio in diesem Ausmaß, dass du nicht von einem Bereich, Sektor oder Land abhängig bist. In dieser Zeit ist die Panik und Nervosität exorbitant hoch und da wirst du vielleicht schnell dazu verleitet, unüberlegte Sachen zu machen, die du womöglich im Nachhinein bereust. Merke dir, umso größer deine Risikotoleranz, umso risikoreicher kannst du dein Portfolio aufbauen. Um deine Risikotoleranz zu ermitteln, hilft dir eine ständige Weiterbildung zum Thema Finanzen und das Sammeln von Erfahrungswerten an der Börse. Während der Krise ist es wichtig, die richtige Einstellung zum Markt zu haben. Bleibe so rational wie möglich und bewahre in erster Instanz Ruhe. Überschnelle Handlungen sind in der Regel keine gute Idee und schon gar nicht, wenn du aus Panik deiner Anteile abstößt. In dieser Zeit prasselt von allen Seiten auf dich ein, wie schlecht nicht alles ist und im Prinzip die Börse vor dem Ende steht. Vermeide es dich von diesen Medien anstecken zu lassen und bilde dir anhand der Fakten deine eigene Meinung. Im schlimmsten Fall empfiehlt es sich, das Geschehen an der Börse für einige Zeit nicht aktiv mitzuverfolgen und dich einfach anderswertig abzulenken. Erledige Dinge, die du schon länger erledigen wolltest oder fahr in den Urlaub und lass dich einfach nicht von der Weltuntergangsstimmung mit runterziehen. Wenn du allerdings eine Person bist, die das im Verhältnis dazu relativ kalt lässt, weil du unter anderem schon die richtigen Schlüsse aus vergangenen Krisen gezogen hast, dann kannst du einen Schritt weiter gehen. Aber Achtung, das ist wirklich nur empfehlenswert für Leute mit einer sehr hohen Widerstandsfähigkeit und etwaiger langjähriger Börsenerfahrung. Und zwar, du fängst an die billigen Anteile aufzukaufen. Hört sich salopp einfach an, ist es auch. Doch glaube mir, wenn die Kurse jeden Tag stark fallen und jeder auf dich einredet, wie tot die Welt nicht ist, dann ist das in diesem Moment nicht mehr so einfach gegen den Strom zu schwimmen. Natürlich fängst du auch nicht blind an, alles wild quer durch den Gemüsegarten aufzukaufen. Du bleibst rational, siehst für dich interessante Unternehmen an und analysierst diese. Bei einem intakten Geschäftsmodell spielt in der Regel eine starke Unterbewertung mit, da einfach ein Crash eine Übertreibung nach unten mit sich bringt. Du sammelst diese Anteile auf und bekommst so die Möglichkeit für die Zukunft ein großes Schnäppchen zu machen. Möchtest du etwas risikoärmer an die Sache herangehen, lohnt sich ein Blick auf die Exchange Trade Fonds, auch ETFs abgekürzt. Wenn wir schon über ETFs reden, möchte ich dir noch ein Buch ans Herz legen, was mir sehr geholfen hat und zwar das Buch von Gerd Kommer, Souverän investieren mit ETFs. Ich habe dir das Buch in der Videobeschreibung verlinkt, du kannst jetzt auf diesen Link klicken und es dir holen. In einer weltweiten Finanzkrise sinken die Indizes alle mit und du hast die Möglichkeit breit gestreut passiv in den Markt dich einzukaufen. So oder so sind diese Käufe deine Renditebeschleuniger für die Zukunft. Du hast sozusagen im Sale investiert und wirst in der nächsten Aufschwungphase schneller und effizienter davon profitieren. Also ein Crash ist nicht nur ein Szenario, von dem man Angst haben muss. Nein, es ist genauso eine Chance. Wie schnell diese Erholung eintritt, kann man nie im Vorhinein abschätzen. Allerdings sind langfristig orientierte Anleger hier klar im Vorteil und können sich nach den getätigten Käufen in der Regel zurücklehnen und abwarten. Ein wichtiger Punkt, der noch erwähnt werden muss, dass du in den allerseltesten Fällen das absolute Tief bei deinen Käufen triffst. Solltest du das hinbekommen, hast du meine Hochachtung. Allerdings ist das ziemlich unwahrscheinlich und daher möchte ich dir noch etwas Wichtiges mit auf den Weg geben. Wenn du dich dafür entscheidest, bei einem Crash in den Markt einzukaufen, dann musst du damit rechnen, dass es nochmals 5, 10, 15, 20 oder sogar mehr Prozent nach unten geht. Und hier entsteht wiederum ein neues Level der Herausforderung. Es zermürbt einen natürlich, wenn neben den bestehenden Positionen auch die neuen Positionen erstmal in den Keller fahren. Das musst du dann aussitzen können und hier trennt sich dann wiederum die Spreu vom Weizen. Umso mehr wirst du dann langfristig dafür belohnt werden. Halte dann deine langfristigen Ziele fest und sehe einen Crash in erster Linie als Chance und nicht als Todesurteil für deine Finanzen. Jeder von uns wünscht sich steigende Kurse. Allerdings müssen wir verstehen, dass es auch manchmal Phasen am Markt gibt, die einen auf eine harte Probe stellen. Und genau hier kristallisieren sich die Leute heraus, die es wirklich wollen, nämlich einen soliden Vermögensaufbau zu schaffen. Also fassen wir nochmal gemeinsam die wichtigsten Punkte zusammen. Zuerst lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit. Krisen aus früheren Jahren bewerten und analysieren. Des Weiteren den Fokus auf deine Anlagestrategie halten und deine finanziellen Ziele nicht aus den Augen verlieren. Sehr wichtig auch, deine persönliche Risikotoleranz kennen bzw. lernen. Dazu eben finanzielle Bildung weiter vorantreiben und durch die Praxis ein Gefühl dafür bekommen. Wenn die Krise voll am Anlaufen ist, dann bewahre erstmal Ruhe. Verschaffe dir einen Überblick und tätige keine unüberlegten Handlungen, wie oftmals Panikverkäufe. Du kannst dich in diesen Phasen noch ablenken und eventuell auch mal nicht das Geschehen verfolgen. Wenn es dir hilft, schaffe für dich Abstand. Bist du von der Einstellung her bereit, in der Krise deine Chance zu nutzen und billige Wertpapieranteile aufzusammeln, dann kauf nicht blind alles auf, sondern handle rational. Darüber hinaus rechne damit, dass in den Folgetagen oder Wochen die Kurse möglicherweise weiter massive Rücksetzer erleiden. Denn wie gesagt, den Tiefpunkt wirst du zu 99% der Fälle nie treffen. Dann gilt es sich zurückzulehnen und die Käufe als langfristiges Investment zu sehen, dass dir in weiterer Folge möglicherweise einen Renditebooster verschaffen wird. Ja, ich hoffe, dass ich dir mit diesen Tipps dich ein wenig fitter für die nächste mögliche Finanzkrise gemacht habe und vor allem auch etwas die Angst genommen habe. Vieles spielt sich an der Börse im Kopf ab und besonders in solchen Phasen des Marktes geht es oft jeglicher Rationalität verloren und es herrscht die blanke Panik. Zum Schluss hin gebe ich dir nochmals mit auf den Weg. Jede Krise ist auch eine Chance. Finanzbildung ist dafür ein wichtiger Schlüssel und genau dafür sind wir von finanzenverstehen.at da. Sowohl hier auf YouTube als auch auf unserer Website. Damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus. Ciao. 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 Ciao.